willkommen zurück ich bin ehrlich ich weiß nicht was wir in der letzten folge gemacht haben da zwischen aufnahmen ja ein paar tage liegen da bei mir privat im familiären unfälle ein kleiner großer trauriger unglücksfall passiert ist deswegen ja ist auch das eine mal keine folge hauspaty keine folge down of man gekommen und der händler ist wieder da das ist sehr nice was braucht man eigentlich alles knochen 15 leder oder getrockneter haut brauchen auf jeden fall wert 15 handelswert achten würden die sparschen die handel ich auf jeden fall nicht mehr bist mir zu teuer genau wir wollten gucken wir haben null punkte warum haben wir null punkte wir brauchen sieben für den bogen und 15 dafür das sind 22 das heißt erst einmal spielgeschwindigkeit natürlich erhöhen fleischhammer fürs erste das gefällt mir das wird aber wieder abnehmen nein das war falsch das da war auch falsch das da davon brauchen wir vier da brauchen wir drei mörser können wir denn mittlerweile den mörser machen tatsache das gibt dann warte mal den haben wir doch schon hä ne den haben wir noch nie setzen wir den dort hin und gleich noch einen zweiten dazu was brauchen wir noch um punkte zu bekommen einen brunnen davon brauchen wir noch eins hütte ja gut so weit sind wir noch nie oder wohnhaus nein soweit sind wir noch nicht dann gucken wir weiter das haben wir das haben wir das haben wir heuhaufen brauchen wir noch nicht wir haben noch keine felder hier haben wir auch noch nichts ja gut warum man diese schön wagen da 9 von 25 sehr gut das dauert nochmal weichen das dauert nochmal weichen oh unsere nahrung geht's oh 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 auf jeden fall haben wir da wieder einen punkt aber unsere nahrung unsere nahrung ähh was machst denn du geht zum trinken was machst du oder war nix was ja angriff angriff attacke So, gib wieder Nahrung und Pelz für Haut und Anziehsachen und 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 alles was wir brauchen. Trotzdem, wir müssen vorankommen. Fische müssen wir noch 54 Stück fangen oder getrocknete Fische haben, rohen Fisch noch 37, geräuchertes Fleisch 19 und dieses, ach du Scheiße. Ja, gut. Ja, es tut mir leid, dass die keine Klamotten haben. Kann ich aber auch nichts dran ändern. Was machst du? Nix. Was machst du? Nichts. Du? Auch nichts. Wo sind denn die ganzen Leute in die Angeln? Wieso machen die nichts? Hier. Wo gehst du Knochen holen? Was bist denn du für ein Dude? Hä? Geht Feuerstein? Ja. Okay. Keine Ahnung, was der eine Dude da vorhat, wegen Knochen holen. Aber okay. Wird schon richtig sein. Stöcke brauchen wir. Holz bräuchten wir. Stein und Feuerstein brauchen wir. Unbedingt. Ach, das wird sich in die Länge ziehen hier. Das ist nicht gut. Ach, da unten wird. Okay. Der holt Stein. Das ist gut. Was macht denn der Opa da? Geh trinken. Ich hoffe, du gehst da noch fischen. Was macht denn das da? Steh einfach nur faul rum. Äh. Okay. Du gehst jetzt dahinter angeln. Los. Was machst du? Wann halt umher? Willst du mich verarschen? Hier. Geh angeln. Meine Güte. Wir brauchen Nahrung. Brot. Gab wieder. Uh. Wieder ein Punkt. Sehr schön. Äh. Ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, mir mal in die Kommentare zu schreiben. Wollt ihr, dass ich dieses Let's Play weiterführe? Oder ob ich ein neues Let's Play anfange? Oder ob ich Offscreen soweit spiele, dass wir die nächste Epoche erreichen, die kennenlernen und dann, wenn wir hier so die Hälfte bis drei Viertel freigespielt haben, wieder Offscreen machen, bis wir die Kupferzeit erreicht haben und und und. Das bleibt euch jetzt überlassen. Das dürft ihr mir jetzt bitte mal in die Kommentare schreiben. Solange werde ich auch keine neue Folge aufnehmen. Und ja. Ich bin mal gespannt, was ihr mir da so in die Kommentare schreibt. Ähm. Denn das würde mich halt mal interessieren, weil ich denke mal jetzt, wenn ich die ganze Zeit hier so mit der Kamera umher switche und gucke, was sie machen. Und so bisher anklickt, dass euch das nicht wirklich interessieren wird. So. Wir haben 20 Klamotten für 17 Personen. Das reicht. Der Dude ihr kennt Einz in Gunnachen. Ob der Hösch. packt mich ja nicht. Die wirv 안 sind sind die Typen machen ja nicht. Und da ist es okay, bis hier ist 不是 Containern ausgelöst. Aber 아주 schnell neu. Ich bin ja still Marly Mercy das nicht immer. Aber ich glaube, es kann ja auch so mit diesem太太 geben, dass sich dieses Und Dude, warum gibt es denn einen Gewisch? Alles klar. Jetzt will ich auch nicht, was du machen könntest. Außer Holz holen. Wäre aber auch angebracht, damit wir da hinten Felder freikriegen. Haben wir denn jetzt die Sichel? Wir haben die Sichel. Lol. Hier. Komm. Geh abernten, solange noch Zeit ist. Tu genau so. Hier abernten. Das ist Essen. Meine Güte. Wieso sagt denn das keiner? Was machst denn du? Wandert umher. Ey, hier gibt es irgendwo noch mehr Zeug zum Farmen. Hier. Nee, nicht fällen. Geh da hin. Und der Winter ist da. Scheiße, das ist jetzt alles tot. Scheiße. Ich hätte das Kind da hinten mit Kastanien oder Pistazien oder was aus dem Farmen lassen können. Scheiße. Beim nächsten Mal dann. So, jetzt steht der, der tut auch Daumen rum. Hier, du kannst auch einen Baum kaputt machen. Und zwar, den da hat er gefällt mir. Warum gehst du im Winter baden? Oh, du hast Fisch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. So sieht es aus. Nee. Also, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ich das Let's Play weiterführen soll oder ob ich ein neues anfangen soll. Ich habe noch genügend Games im Petto, im Epic Launcher, im Spice Team und ja, schreibt es mir einfach. Denn das würde mich mal brennend interessieren. So, wir erhöhen jetzt einfach nochmal die Geschwindigkeit, dass hier alles ein bisschen vorankommt. So, wenn das nächste Mal der Wanderhändler kommt, können wir Holz wieder verkaufen. Das ist sehr schön. Wenn der Dude irgendwann mal auftaucht. Hier, du hast eine Axt. Die Bäume gefallen mir alle nicht. Mach die alle weg. Oh, da kommen neue Bewohner. Nice. Was machst du? Geh trinken. Was machst du? Ey, stopp. Hallo. Du machst gar nichts. Hä? Du machst auch nichts. Hier. Baum gefällt mir nicht. Weg damit. So. 19 Siedler sind wir jetzt. Noch einer und wir haben wieder einen Punkt. So muss es sein. Ja. Genau. Kurz ein Screenshot für das Thumbnail machen. Guck mal, hier haben wir hier so ein bisschen ranscrollen. So. Gut. Also, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann war es das auch schon mit der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Oder zum neuen Let's Play. Je nachdem, wie ihr, was ihr mir so in die Kommentare schreibt. Und macht's gut. Ich soll euch auf Office. Tschüss. Ich weiß nicht. Verg Não, oder? Bis zum nächsten Mal.